Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Familie zu vervollständigen? Das hatten Sie auch. Vielen herzlichen Dank an Biotex. Und Sie auch. Wir haben tausende von Patienten durch Leihmutterschaft zu Eltern gemacht. Seit der Eröffnung gab es mehr als 30.000 Geburten und während der Kriegszeit wurden mehr als 1.000 Babys geboren. Und das ist nicht unbemerkt geblieben. Wir sind näher, als Sie sich vorstellen können. Geben Sie eine Samenprobe an der nächstgelegenen Stelle ab und wir kümmern uns um den Rest. Unfruchtbarkeit wird immer häufiger. Schreiben Sie uns jetzt an. Biotex.com. Wir machen unsere Patienten zu Eltern.